Ach, hören Sie doch auf! Das wär doch nicht nötig gewesen! Klaus, dann wünsch ich mir, dass Sie aufspringen und ganz laut schreien, ich will ein Kind von dir. Oh, Schwarzarbeit, das ist doch Arbeitszeit und Harzbetrug, das gibt doch nie genug. Bitte sei doch kein Blödgewächs, probier's mal mit Cum-Ex. Aber wenn Sie in Aurora Cannabis investiert hätten, ja, diese Firma hat ihren Aktienwert im Jahr 2018 um 300% gesteigert. Und das ist das Irre, man kann alles auf eine Karte setzen, im Portfolio, alles auf einen Wert und trotzdem total breit aufgestellt sein. Was verursacht zum Beispiel Armut? Ist das irgendwie ein Mangel an Bildung, ein Mangel an Willen, ein Mangel an Charakter? Und jetzt ist rausgekommen, es ist in der Tat ein Mangel an Geld. Und dann hat man nach anderthalb Jahren geguckt, was haben die eigentlich mit dem Geld gemacht? Sieben der 13 hatten sogar eine eigene Wohnung gefunden, zwei standen kurz davor und alle hatten wichtige Schritte in Richtung Fortbildung und Selbstständigkeit unternommen. Und heute sind alle 13 im Kabinett von Boris Johnson. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Ja, Klaus!